Die können brechen, ey. So. Frisch als Werk, wir haben das Leben ja noch nie gesehen. So. Ach, guck mal, da ist das K. Ich hätte ja überhaupt nicht erwartet. Jetzt holen wir erstmal das S. Und vergesse ich das wieder. S vergesse. So, gut. Ihr müsst wirklich Nachsicht haben, wie gesagt, schon den letzten Parts erwähnt. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt hier schon aufnehmen. Ähm. Das Spiel habe ich seit, das weiß ich, zehn Jahren nicht mehr gespielt oder so. Damals war richtig heftig, aber Erinnerungen sind da nicht viele hängen geblieben. Und deswegen tue ich mich jetzt gerade auch ein bisschen schwer wahrscheinlich. Fick dich, echt, ey. Du hättest auch einfach mal durchspringen können. Schöne Hippie-Bus, VW-Bus. So, okay. Und Jump! Und... Ehhh. Oh, ich sammle das Scheiß eh an. Wir haben nicht mehr alle Zeit der Welt hier gedöhnt. Danke. So, das Tee war da eben, wo man so reinspringen konnte. Das war auch hier irgendwo in der Nähe. Das war eigentlich genau da oben, genau. Aber wir holen jetzt erstmal das A und mit dem Schwung... Oh, komm, gib Gas. Wir brauchen... Wir brauchen Special. Wir brauchen Special. Wir brauchen Special. Wir brauchen Special. Okay. Einfach nicht zu früh rücken. Äh. So, der war schön. Jetzt haben wir noch mal ein bisschen Schwung. Woah, 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 woah. War schon schneller als ich. Oh mein Gott. Ich hab einen Geschwindigkeitsrausch, oh mein Gott. Der jetzt einfach immer geringer wird. Ja komm, spring da rein. Ich bin so doof, ey. Ich... Oh nein, ich hab nicht mehr viel Zeit. Verdammt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Boah, was für ein Wechselband der Gefühle. Meine Fresse. Boah. Boah. Ey, ich hab zuerst gesagt, ich schaff den Sprung nicht. Weil ich da irgendwie dann... The cops are closing in. Stay alert only. One tape to go. Weil ich da diesen... Kack-Sprung nicht geschafft habe. Weil ich da irgendwie fest hing. Und dann... Hab ich gedacht, oh Gott, du hast es geschafft. Und dann fahr ich da an diesem scheiß T vorbei. Und seh, dass meine letzte Sekunde grad abläuft. Boah. Adrenalin. Echt. Mein Adrenalinspiegel ist so hoch wie sonst... Weiß nicht, wenn ich vor... 20 Stieren wegrennen muss, während ich von einer Rakete verfolgt werde, die auch noch brennt. Und vor mir ist ein Säurebad. Ungefähr. Okay, wo... Och du Scheiße, ich bin da nochmal irgendwo hingekommen. Ich weiß gar nicht, wer du bist. Ähm, da, ja. Ach, mit dem Brunnen, genau. Klar. Also wenn ich manchmal die Musik nachmache und die ist unsynchron... Dann liegt es wirklich daran, dass ich nicht ordentlich synchronisiert hab. Aber es ist für mich dann auch immer... Fick dich, Alter. Fick dich. Ich schaff das nicht mehr, weil ich muss da oben noch 50 Jahre lang fahren. Ah. Ah, meine Nase juckt. Lalalala. Komm, das letzte Tape. Ist wirklich das allerletzte Tape. Das muss doch wirklich schaffbar sein. Ich hab's auch schon 10.000 Mal geschafft. Ich weiß, dass es schaffbar ist. Oh, so ein bisschen Specialized hier. Oh mein Gott. 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 Ja, er dreht sich einfach auf der Stelle und fährt dann weiter. Oh mein Gott. Er hat keinen Wendekreis. Nein. Er hat eine Wendeecke. Oh. Yay. Okay, es hat geklappt. Sehr gut. Mountain Game. Oder Mountain Game. Oder was auch. Mountain... Ich glaube ich. Äh. 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 Ich versuch mal irgendwie grad meine Specialized so ein bisschen zu füllen. Mit meinem Kickflip auch so so scheiße wie süß. Ich muss irgendwie mit Schwung... Oh Gott. Äh. Nein. Oh, ich bin so dumm, Alter. Ich bin so dumm. Oh, was bin ich denn für ein... Oh mein Gott. Bin ich dumm. Ich hab gedacht, das Dach wird noch weiter gehen. Wollte dann praktisch aus der Drehung den Schwung mitnehmen und dann da rüberspringen. Aber es hat nicht geklappt. Das war ein ziemlich langer Satz, ja. Aber ich brauch gar nicht so viel Schwung, weil ähm... Grad, also als ich das mal geschafft hab da so lang zu kommen und so... Da war ich gar nicht... Ich bin glaub ich nicht zu kurz gesprungen. Ich glaub ich bin einfach nur an ähm... Tape vorbeigesprungen. Jetzt hab ich auch meine Specialized so voll. Hey. Da kommt der Zug wieder. Hallo Zug. Oh, 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 oh. One Flip. So. Ah. Ah. Scheiße. Scheiße. Kacke. Mist. Kacke. Scheiße. Ich hab Bock auf Löner. So. Ah. Ich hab doch... Ich hab doch drei gedrückt verdammt, du sollst er quen, du Kacksack. Arrrrg Boah, dieses... Okay, das Level, das macht jetzt nicht so viel Spaß, muss ich schon mal sagen. Bisher hat das wirklich super viel Spaß gemacht, alles, aber dieses Level... Das zählt grad doch ein bisschen an meinen Nerven. San Francisco, Scheiß. Entschuldigung, übrigens. So, okay. Ääh, griden. Ääh, jetzt willst du griden. Hepp. Und auf den Brunnen. Okay, es ist hier auf jeden Fall gar nicht so leicht, so gerade zu fahren. Uiuiui. Okay. Uaaaiaiai. So? Wo, 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 wo... So, okay. Hartflück. Ich will nur meine Specialized-Zeit eigentlich bei Laune halten. Das klappt aber nicht mehr lang. Okay. NEIN! NEIN! Fick dich, alter! Warum mach ich da noch diesen Kack-Trick? MEI! GOTT! OOOH! Mendo, Mendo, Mendo. Das ist so... ARK! Mir geht's gut, ja. Mir geht's sehr gut. Also, wow. Ich war noch nie so glücklich. Ach, ja. Hahaha. Das Spiel hab ich damals übrigens zu Weihnachten bekommen. Fick dich. Also, falls es jemanden interessieren sollte. Zu Weihnachten, ja. Das ist Fest der Liebe. Hahaha. Ah. Ich drehe gerade ein bisschen am Rass. Ich hoffe, es stört euch nicht. Wow. MACH! Spring doch mal anständig, du. Krrrr. Alter, ey. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Boah, ey. Alter, das ist doch nicht wahr. Jetzt geht die Kirchenglocken draußen auch noch los, ey. Wie spät hat man denn schon? Ich seh grad... Ich seh's grad einfach nicht. Warte schon 7 Uhr, du scheiß. Ich muss gleich mal... Ja. Ne, aufhören. Ich nehme mich doch jetzt schon länger auf, als ich eigentlich wollte. Blazy. Blazy, was machst du jetzt grad mit mir? Du stürst so jetzt nicht, danke. Aber es ist wirklich nicht mehr viel, Freunde, in der Nacht. Also... Ich wollte auf der Hecke grinden. Warum geht das nicht? Eine Hecke ist grindbar. Aufgrund der vorangeschrittenen Zeit, würde ich sagen, dass das jetzt erstmal... Der letzte Versuch ist, wenn wir das schaffen, versuchen wir dann nochmal das letzte Level. Ansonsten müssen wir es dann leider beim nächsten Mal wiedersehen. Das heißt leider. Ich hoffe, ihr freut euch, dass ihr das nächste Mal wiedersehen. Allerdings... Aber doch schon recht spät. Und ja, ich muss halt noch ein bisschen was machen. Aber bei dem Spiel vergeht die Zeit so schnell, weil das macht auch einfach nur Bock. So. Boah. Danke. Wand. Danke, dass du da standen bist. Ich hätte jetzt schon fast gleich wieder runter gefallen. Okay. So. Die Wand... Äh, die Mauer geht da ziemlich schnell. Genau. Hört auf. So, jetzt hier ein bisschen. Mit Kontenanzbräunchen. Nein! Ich hab schon wieder nicht geschlafen. Oh. 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 So Leute. Ich höre jetzt in dieser Stelle auf. Ich schätze mal, wir werden maximal noch ein bis zwei Parts brauchen. Es hat mir bis hier auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht Also wirklich, wow Es war toll, wieder mit meinen Kindern zurückversetzt zu werden Und ich schätze mal, ich werde morgen schon den nächsten Part aufnehmen Weil ich einfach, weil es mir in den Fingern jucken wird Gut, also ne Also ich sag da einfach mal, bis zum nächsten Mal Tschü tschü